Maaßen mischt im Wahlkampf für CDU mit Der geschahste Geheimdienstchef Maaßen tritt für die Wirtunion der CDU-weitlichen Wahlkampfveranstaltungen auf. Das Interesse der Basis sei groß, heißt es. Die jeweiligen Landesverbände wollen ihn dagegen nicht aktiv einbinden. Der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen will sich in den bevorstehenden Landtagswahlkämpfen für konservative Kräfte in der CDU engagieren. Maaßen werde bei einer Veranstaltungsreihe mit Schwerpunkt in Sachsen und Brandenburg auftreten, sagte der Vorsitzende der Wirtunion, Alexander Mitsch. An der Basis herrsche großes Interesse an dem früheren Behördenchef. Es gibt viele Anfragen von CDU-Verbänden und Landtagsabgeordneten. Der Auftakt ist laut Mitsch für den 3. Mai im fränkischen Coburg geplant. Dort werde Maaßen auf einer gemeinsamen Veranstaltung der Wirtunion mit der örtlichen Jungen Union sprechen. Mitsch betonte, dass die Auftrittsreihe mit Maaßen keine exklusive Veranstaltung der Wirtunion sei, sondern immer gemeinsam mit örtlichen CDU-Verbänden oder Landtagsabgeordneten geplant sei. Das beschränkt sich nicht auf den Osten, wir planen auch Veranstaltungen im Westen. Schwerpunkt der Reihe mit Maaßen seien aber die ostdeutschen Bundesländer Brandenburg und Sachsen, wo im September neue Landtage gewählt werden. Maaßen war im Februar der Wirtunion beigetreten, einem Zusammenschluss konservativer Unionspolitiker. Jeweilige CDU-Führungen nicht eingebunden. Die Auftritte des früheren Verfassungsschutzpräsidenten finden ohne Einbindung der jeweiligen Führungen der Landes-CDU statt. Ein Sprecher der sächsischen CDU sagte, Veranstaltungen mit Maaßen seien nicht geplant. Die Partei habe keine Erkenntnisse darüber, ob einzelne Landtagsabgeordnete solche Veranstaltungen anvisierten.